Jo, ähm, ja, äh, neue Episode Heldenliga, immer noch mit dem Megazord. Wir haben hier schonmal einen Kelterlass, das heißt für mich eventuell Zauberschild ist angesagt. Ruhm der Horde. Oh, es wäre richtig geil, wenn die jetzt noch Jaina nehmen Hahaha, du Old Manor Wie alle immer noch dasselbe picken Wie vor dem Nerf Nur Tyrande sieht man nicht mehr, ne? Die sieht man nicht mehr Ich höre den Ruf Vielleicht nehmen die echt noch eine Jaina, ne? Das wäre schon geil Lass mich durch, ich bin Arzt Nichts hält den Schwarm auf Ja, die haben nicht genug Helden Ich hab nur einen Tank und das ist Artanis Tschüss Oh Mann, Jona Ich folge der Stimme Elungs Ohhhh 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 Der Tag der Abrechnung ist nah Okay So far Ich bin relativ happy mit den Picks Werde vermutlich Zauberschild skillen hier Ja Hier sind doch relativ viele Fähigkeiten, die mir gefährlich werden könnten Und Giant Killer wäre natürlich auch cool, dann kriege ich sie schneller weggeholt, ne? Aber ich denke Kälter ist die Gef... also ich muss Zauberschild skillen Lange Rede, kurzer Sinn Äh Das ist klar Bereitet euch auf die Schlacht vor, ihr heutigen Landratten Äh, du Bald hat das Warten ein Ende Ebenso euer Geschwätz, hoffe ich Ja Ich geb euch noch 10 Sekunden 5 4 3 2 1 Zeigt keine Gnade Ja, ha 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 ha! Oh, jetzt kommen hier Kisten. Nein, sie wollen mich. Eine sehr gute Heilung. Nice, Alter. Dann richte ich meine Kanonen vielleicht auf eure Feinde, anstatt auf euch. Ihr seid ungesüglich. Ich zieh mich erstmal zurück. Oh, 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 Megazord, lauf! Ah. War leider ein bisschen, ein bisschen late. Leider. Ich weiß ja nicht, ob ich da so begeistert von bin, dass keiner von uns auf der Botlane ist Oh Megasaurat, Vorsicht jetzt Oh, 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 schöner Rappt, aber Tropfsteinhöhlen-Action Wo ist der Rest des Teams, Alter? Nasobo fehlt komplett, ne? Komm, lass ihn los! Ja klar, ich lauf genau rein, Junge Ja, zack Ja, auf jeden Fall wird's ein Zauber-Schild die Runde Wunderbar, dann müsste das ein easy-game werden Oh, ups Uuuh Das war mir zu heiß Adrenalin Können wir painen? Voll, meine ich? Ne Okay Verstanden Nasebo 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 sollte vielleicht nicht so krass in der Nase bohren Kyraal-Afga Kyraal-Afga Das ist okay Solange das so bleibt wie bisher, ist auch alles gut Ich meine, die haben natürlich einen Keltas, der ab 13 skaliert und so weiter, ne? Und einen Rainer auch, das wissen wir ja alle Delayed-Game-Combinations, aber Ich sag euch eine Sache Wimstrall, ne? Da mach ich mir nicht ins Hemd Sobald ich die, äh, Level 10 hab, Ulti, aber hör mal Dann wird hier rasiert Ich sag mal, zu Ende bringen Ich steh da voll drauf, Sachen zu Ende zu bringen Wollen wir hier Camp machen, oder was? Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein paar Schätze, Karate Aber okay, ich geh ja schon Zack, Nummer 1, Alter Wuhuhu, Lauf, Junge Geh schön nach Hause Wo du hergekommen bist So, Münzen gelootet Ich pay mal, Guys, ne? Dann, äh, rollt die Runde schon mal Oh, die haben auch schon 9 bezahlt, ne? Das ist krass Wo haben die die denn her? Wir haben eine Abmachung Schick diese Küsten-Schiffer zu den Heilen So, Schlinger, du Was guckt dir so? Das macht Spaß Ja, okay, wir haben ein Bot-Camp gemacht, ne? Was denn jetzt? Ping von alle Seite Oh Hör mal Alter Oh Gott Alter, die können ja gar nichts, Junge Die machen wir hier schön kaputt Bob League Wir sind dran, Jungs Jetzt kommt Leben in diese Bude Wartet nicht auf mich Das funktioniert, glaube ich, nicht so mit dem R-Ansagen Also geht's bestimmt Aber in der Zeit, wo ich Enter, ja Enter gemacht hab Hat sich die Lage schon wieder verändert, ne? Boom, Junge Schön mit dem Laser Mit dem Blitz Schön weggeblitzt Oh, hallo Oh Ja, das ist ja Ein geiler Moshpit, Junge Ja, sorry Ich kam nicht klar mit dem R Das war schon wieder Das war nicht so cool, ne? Das ist so situativ Das funktioniert nicht so Das ist so Sekundenabhängig Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob ich das so ansagen kann Oh 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 Der Böse will mich Tschüss Einfach mal festgehalten Ja, reingehauen Hallo Oh, das war aber ein schlechter Zombie-Kreis, ne? Ja, nicht schön Schon bessere gesehen, ne? Ich glaub, das mit dem Pingen funktioniert besser Aber Ich hab Ulti schon raus, leider, ne? Naja Ulti schon raus, leider Aber das ist trotzdem Wunderschön Easy Ich hatte nichtmals meine Ulti dabei, ne? Muss man auch sagen Blitz im Winn Mi, mi, mi Ja, Tyrannen-Nerf, ne? Macht sich schon hart bemerkbar Ich hab nämlich schon gedacht Vielleicht ist das auch nur eine psychologische Kiste Keine Ahnung Ich sag euch eine Sache, bumm, das kleine Camp, das nehmen wir noch mit hier, das nehmen wir noch mit, Sron ist der Moneyboy in der Runde, oh guck mal der Megazord auch. Ja, der Rainer, hör mal, da sind die Lebenspunkte auch nicht mehr so, so das, was sie mal waren, ne. Wir sind dran, Jungs. Das ist der Arm auch. Eeeh, 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 eeeh. Oh, 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 oh. Hör mal, du bist ganz schön Gredi-Tyrande, ne? Gredi-Niss bestraft, äh, der Lean sofort, ne? So ist das. Gredi-Niss wird sofort bestraft von mir. Best Morales EU. Ja, muss ich auch ehrlich sagen, alle, also alle spielen ganz gut, die Morales auf jeden Fall auf. Da kann man nichts sagen. Guckt euch den Level-Unterschied an. Guckt euch, dat kills. Und das auch noch auf der Karte, auf der ich eigentlich gar nicht so stark bin. Geil, Alter. The comeback is real. Ah, die sind natürlich jetzt auf Rückzug-Stimmung. Nein, ich wurde eingesaugt. Haha. Ah, die Morales hat hier Stress mit der Fliege-Dinger. Der Rainer, hör mal. Der Rainer. Der Rainer wird abgeholt. Tschüss, Rainer. Hör mal, das sind die übelsten Bronze-Vögel, oder was ist hier los? Bronze-Leak. Hier, Keltas, Keltalas, zack, bumm, rumgehoben, nochmal gestahnt, bumm, weggeblitzt. Oh, the dance is real, ne? Und dann leben in diese Bude. Äh. Tschüss. Festgehalten, weggelaufen. Aber da kann man sich in so einem Match auch mal erlauben, Alter. Zwei Tode, ein Tod, eins. Nette, das ist okay. Da kann man nicht meckern, hör mal. Die wollen ja auch nicht frech werden. Kämpft weiter, Klinger. Wir haben eine Abmachung. Schickt diese Küstenschiffer zu den Hallen. Ah, wie gesagt, schreiben ist doof, da brauche ich beide Hände für. Und eine Hand muss an der Maus sein. Das geht nicht anders, ne? Da, guck mal. Alter, die haben schon letzter im Wind geschrieben. Das ist ein kleines Geschenk für euch. Gute Arbeit, weiter so. Nun denn, bringt mir eure Dublonen für meine Dienste. Zurrender, ne? Die haben alles zur Ränder eingegeben. Ja, wenn du mich fragst, oder? Ja, wenn du mich fragst, oder? Wie? Ja, wenn du dich fragst, oder? Ja. 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 Was geht ab? Geil. So soll's immer laufen jetzt bitte. Komm. Komm. Wissrang. 5 durch, oder wat? Das, das wär mal schön. Hoho. Und dann geht die Griedin schon wieder los. Aber immerhin wieder 14, ne? Das ist doch schon mal wat. Da kann man doch mit arbeiten. Klappt richtig gut heute. Das ist jetzt der zweite Wind in Folge, ne? Nicht übertreiben. Hier die Talente. Und hier die Stats. Und wie gesagt, das klappt gut. Das war schön. Das war wirklich, wirklich schön. Tschüss.